Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, heute fängt das Schützenfest in Neustadt, vielmehr die Kirmes wird eröffnet. Wir haben viele Attraktionen da, um wieder einen großen Spaß zu haben für alle Neustadtinnen und Neustadt. Es kann jeder mitmachen, jeder ist herzlich willkommen. Und jetzt feiern wir richtig vier Tage lang mit dem Neustadt Schützenfest. Wir fiebern dem Beginn der Kirmes und dann morgen mit den Böllern dem Beginn des Schützenfests entgegen. Wir hoffen jetzt, dass es die Wolken leer geregnet hat und tagsüber ganz, ganz viele Menschen will richtig Spaß haben. Nach dem Motto unseres Königs Mark I. Freude teilen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017